Mehr als 60 Menschen wurden bei einem Luftangriff der israelischen Armee im Gazastreifen getötet. Laut BBC traf eine Rakete in den frühen Morgenstunden eine Schule, die als Unterkunft genutzt wurde, und tötete dabei Dutzende Zivilisten und verletzte viele weitere. Unterdessen berichtet die Associated Press von mindestens 80 Toten durch den Angriff, wobei die Zahl der Todesopfer voraussichtlich weiter steigen wird. Dies könnte als einer der tödlichsten Angriffe im zehnmonatigen Krieg zwischen Israel und der Hamas gelten. Die israelische Armee gab zu, das Bildungsgebäude getroffen zu haben, mit der Begründung, dass es sich um ein Kommandozentrum der Militanten Hamas handelte. Auf der anderen Seite teilten die Gesundheitsbehörden mit, dass mindestens 47 Personen durch die Explosion verletzt wurden. Dieses Gebäude, wie fast alle Schulen in Gaza, wurde als Unterkunft für Menschen genutzt, die aufgrund des Krieges gezwungen waren, ihre Häuser zu verlassen. Der Angriff erfolgte ohne Vorwarnung, während die Menschen in der Moschee innerhalb der Schule beteten, so Abu Anas, ein Zeuge, der bei der Rettung von Menschen half. Die Raketen fielen ohne Vorwarnung. Eine Rakete, die zweite. Wir haben die Leichenteile gesammelt. Nach vorläufigen Angaben befanden sich etwa 6000 Menschen in dem Gebäude, die dort Schutz suchten. Der Angriff ereignete sich zu einem Zeitpunkt, als die Vereinigten Staaten, Katar und Ägypten ihre Bemühungen um einen Waffenstillstand in Gaza intensivierten und versuchten, die Spannungen in der Region zu verringern, nachdem der politische Führer der Hamas, Ismail Haniyeh, in Teheran und ein hochrangiger Kommandant der Hezbollah in Beirut getötet worden waren. Untertitelung des ZDF, 2020